Haha super, Folgegrüße aus Polen. Ha, ha, ha. Witajsi Braccia. Grüße zurück. Iji do Bracce. Das Einzige, was ich kenn da. Stimmig auf der Baustelle. Ooooooh. Nie ma Popolsku. Assalamu alaikum hamin mawydakshi. Ah, grüß, grüß. Was ist das? Ja, grüß zurück. Manfred ist der geilste. Ah, Manfred. No. Gute Fritz. Aha. Ja, das ist ja wohl nicht schlecht. Ist zwar nicht so lange dabei, aber ja gut, das ist halt Manfred. Ja, danke. Ja, das musst du mal öfters sagen, damit ich da nicht mehr vor Baustelle muss und die mal hier mal ein bisschen Lohn zahlen. Ja, was guckt ihr denn denn? Hafensänger. Ah, Manfred, das ist wie Fred Feilstein, dieser andere Alman. Oh, unser Schweinearsch oder was das? Pfff. Deine Reaktionen sind perfekt, bitte noch einen Teil. Tadaa! Teil 2, ja, nur diese, das, keine Teil 2. Schüttelkoi, ne? Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, Teil 2, hier. Überraschung. Konfetti. Das ist Schweinearsch. Das ist kein Teil. Wohl viele schreiben, du musst ins Fernsehen usw. Was meinst du, wie eine Glotze auftauchen da in den Kasten da? Was meinst du, wie das die Quoten wieder hoch treibt? Aber da denkt ja keiner nach. Da denkt ja keiner nach. Die holen sich da immer so einen, so, so, so Schrottdarsteller da. So, komm hör aus, sonst krieg ich wieder eine Platza da. Mach weiter jetzt. Wir können ja so eine Serie machen, so, dann. So, sowaschen Korn? Ah! Du, äh, musst du wo, äh, das? Im Fernsehen zeigen. Ist das Fernsehen? Gut, guck. Ja, das ist im Geschäft. D Mermit, so sieht Schweinears aus. Ich habe gesehen füredi. Tolles Video, danke für alles. Liebe Internetzuschauer, danke für euch, ja? Für Italien erzählen, daumen hoch, daumen runter, noch alles danke. Immer wenn du mit unserem Projekt zusammen, dann wir zusammen. Deine Meinung für uns wichtig, weil du bist unsere Inspiration. Du schreiben wir für dich zusammen die Familie. Ja, danke natürlich an alle Zuschauer, die da kommentieren, liken und das teilen und allen erzählen. Das hilft ihnen dann eher ganz schön auf den Sprünge da. So, wenn der da weiterläuft, da muss ich nicht auf den Baustellen und Steine schleppen. Also danke auch da. Ja, wir haben auch zu danken. Manfred, Superspitze, da war mehr Quatsch. Ja, so, das ist jetzt das zweite Mal, dass das jemand sagt. So, sieht mal zu, dass ihr hier mehr, ein bisschen mehr Lohn zahlt, da. Ja, dann wird das auch was mit euren YouTube da. Quatsch. Ja, das halte ich auch für Quatsch mit Manfred. No, Manfred, ja, gut, gut. No, Manfred. Manfred, Manfred, keine Sälemabi. Okay, keine Sälemabi. Oh, Schmerz, Schmerz, keine Sälemabi. Gut, Sälemabi. Jetzt eingeschnappt. Eiggeschnappt? Schnappt? Schnappt. Ich papasse. Ganz schlecht zum verblöden RTL 2 Niveau. Amruk, du, du wolltest schreiben und machen, für mich Schmerz. Aber ich verstehe, einfach du nicht verstehst. Du kleine Mann, du kleine Verstand, du kleine, 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 Faschisu, du keine guten Argumente für diese Faschisu. Wenn du groß werden, verstehen, oh, Ferserqualität, diese Qualität, diese Arbeit, diese Arbeit. Deine Meinung, momentan klein, du nicht verstehst. Aber kein Problem. Du groß, ich später verstehe. Wenn du heiraten. Ja, da kennst dich wohl einer aus, ne? Außerdem, der eine schreibt so ins Fernsehen. Der eine weiß schon, wie es im Fernsehen abläuft. Ja, aber was ist denn nun? Hör mal zu, Pi-Snilke. Kaum drei Haare, verbrust schon hier der große Vergleichsmeister sein, oder was? RTL 2 ist der größte Ableger nach RTL. So, beschäftigt 250 Angestellte. So, dann kannst du dir mal den Andreas Badl da sagen. Das hier zwei Leute, die Arbeit von 250 Leuten machen. Verstehst du das? Nee, das verstehst du nämlich nicht, ne? Großexperte. Aber das Maul aufreißen hier, das haben wir gern doch. Так, Ola, was ist das, ah? Gipsen und Hunde, äh, жрать nie будут. Ola, warum ich kauf die Zeitschrift, ah? Ah, Winigret! Puh, te, smatter hier! Oh, zu schau. Und du diesen, ah, Abonnerin, schreiben deine Gedanken. Egal, egal. RTL 2, 3, 4, 5. Du schreib deine Gedanken in Kommentar. Verlesen. Redaktion. Give it. Verlesen. Reaktion. Kommunikation. Verlesen. 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 Und besser keine Schweine achte. Verlesen. Und besser keine Schweine achte. Verlesen.